Yo Leute, und klauen mir nicht meine Muni! Zurück zu einem neuen Part von CTT, beziehungsweise Formel in Servers Time, mit dabei! Der Azzaboom! Hey, hey, hey! Natürlich auch der Sascha! Na, Bernd! Denn natürlich auch diesen kuriosen Ästhetik! Guten Tag! Hohoho, korrekt! Ja, wie auch Atromix? Ja, hi, ich klaue dir gerne deine Muni! Ja, ich merk's, wir haben dann Oki! Hallo! Herzi! Guten Abend! Die für Sie! Die bestimmt irgendwie noch ein bisschen Dauer auf mich ist wegen von den vorigen Maps einmal, wo ich es einmal gejagert hab! Ach, Quatsch! Doch, leider genug Leute hab's mal verantwortlich! Natürlich auch Null hat er! Ja! Kehr zu! Und natürlich auch der Zwerdi Björn! Moin moin! Du bist da hinten schon rumgeschossen! Du Nullerfe! Bringt euch einfach mal alle rum, Mann! Danuki, warum stehst du da so in der Ecke? Was? Ich steh nicht in der Ecke rum! Du Ecken! Neckef! 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 So, wo will ich jetzt denn nicht kennen diese Map nicht? Platter, warum ist Artro denn schon tot? Ne tote Leiche! Ja, ne tote Leiche! Ich krieg diese Aussage immer wieder an den Sand! Du ich auch! Leute, da ist jemand gestorben! Hat er da! Flatter, Mensch! Aua! Junge! Was ist denn mit der Nuki? Au! Ist hier ein Loch? Nur da unten liegen zwei Leichen! Tatsache! Fizzy, hier unten im Loch liegen zwei Leichen! Vorsicht! Hier unten liegen zwei Leichen! Vorsicht! Geh, geh! Sascha! Die nächste! Neue ist das! 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 Jo, du hattest so'n scheiß Man-Exporn an der Hand! Hatte ich nicht! Komm schon, Mann! Ich hab's doch gesehen! Ich hatte nix in der Hand! Ich hatte nix in der Hand! Vielleicht war das so'n Spiel-Bug oder so, keine Ahnung! Ja, natürlich! So was passiert hat das? Doch nicht bei Gary's Mod, ey! Natürlich! Aber du hast doch keine Bugs! Das ist das beste... Bestprogramm mit der Spiel überhaupt! Flatter hat mich angeschossen! Flatter ist es! Wo ist denn Flatter? Flatter! Ich bin zufrieden! Da hab ich so'n Unterzüge gesehen! Die beiden Tausend Leichen! Aller, ich hab' also seit einHalt ein Boomer-Rein! Wat' fack! Wahrscheinlich bin ich noch weiter eingesammelt! Na ja, doch sag'n du'n schon... Na ja, sag'n du'n schon'n schon'n... Non! Pfff, warum schies'st der Macedon an?! Ok, ja... Er war en Ut! Es gibt dieses eine Loch, wo sechs Leute reingefallen sind. Ja ist es ja auch an einer Stelle. Warum steht Erzi wieder direkt hinter mir, wenn ich jemanden töte? Der Erzi stand bei mir plötzlich und dann bin ich tot umgefallen. Und plötzlich stand er aber flatter. Und wie hat Erzi meine Märtyrer überlebt? Der stand einen Meter daneben. Das habe ich auch nicht verstanden. Ich bin eigentlich sogar runtergedroppt, aber habe mich wirklich wieder hochgepakt. Das ist mega frech, ey. Hast du Angst von mir? Ich nutze halt nur die Spielmöglichkeiten aus. Fertig um seine Crowder. Erzi ist schon wieder bei mir. Inzi! Wo seid ihr denn alle? Warum habe ich nur zwei Punkte? Achso, weil ich besser gekriege. Nagi! Hallo Physik. Aua! Danke! Inzi! Ja, was weiß ich denn? Boah, GG! Hey, heute ist echt nicht mein TTT Tag, ey. Ich kriege nur aufs Maul. Oh! Oh! Ja, ich habe kein Interesse, dich zu töten. Ich will weg von dir! Oh! Fisch allein! Also Physik, geh weg! Nie, Teddy ist das. Attatik ist schon- wieder hier. Hier, Atta-Boom ist schon wieder am shoppen. Wer wirft mir der Plasma umher? Ja, deswegen steht er da unendet, der ist am shoppen. Gumm, jetzt stellt er sich den Rauch und so, ne. Bist du lieb oder bist du lieb? Ja, dann ist auch noch dabei. Hey Vorsicht French, Atta stirbt gerade, so irgendwie? Ja Atta und Danuki sterben gerade. Hat da jemand einen Molotow geworfen gehabt oder was? An der fucking Seite? Woher soll ich wissen, dass du dir nicht geworfen hast? Ja, auf mich selber oder wie? Ja, manchmal. Komm her. Komm her. Atta komm her. Komm her. Beifuss. Sascha, warum folgst du mir? Ich guck mich hier auf der Map um. Das Bruder jetzt längst läuft. Wahrscheinlich Sascha, wahrscheinlich. Ich war noch nie auf dieser Map, ohne Spaß. Ich auch nicht. Diese Map habe ich noch nie gespielt. Ich guck sie mir mal ein bisschen an. Weil mich dieses scheiß Ding da getroffen hat. Hallo Karasu. Sascha hat wieder an Sascha gefahren? Ja. Ich hab Angst. Ah! Ich hab eine Leiche. Was ist Sanuki? Ja, Flatterhu ist hier. Abkommen geht nicht. Wirfst du schon wieder eine Granate? Schmeißt du das schon mit deinem Gesicht? Mädel! Sascha schließt meine Sascha in der Haus. Guck ihn. Das war wirklich ein Schiene. Ja. Sie war sich nicht mehr sicher. Hallo, hallo, hallo. Wenn ich tot bin, ist Sascha. Kennt Sascha meister Englisch? Sascha, unsere Schiene. Unser was? Unser Schiene. Unser Schiene. Achso. Unser Schiene. Er fährt da unten eigentlich auch einen Zug? Also muss man Schiss haben, dass man über den Haufen gefahren wird? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht mal, wo die anderen beiden, wo die anderen alle sind. Ne, der geht nicht runter. Ach guck mal, da ist ein Fizzy. Hi. Geh weg. Guck mal, da ist ein Atter. Guck mal, da ist ein Atter. Wer wirft dir mit Platz was rum? Ja, Fizzy hat mir zu Rundenbeginn eine Incendary an den Kopf geworfen. Wo? Was ist wo er? Teddy? Oh, er hat Flatter. Aber Alter war safe. Hi. Hat er? Nein, Flatter wurde gerade ausgerufen. Da gehts nicht weiter. Okay. Okay, wenn Flatter ausgerufen wurde. Ah, hallo, Silly. Irgendjemand hat Flatter geschrien und danach ist er still. Ich weiß nicht wer es war. Ja, Teddy hat Flatter gerufen. Gut, Flatter. Wo bist du? Wo bist du Flatter? Wenn ihr die Leiche von Teddy findet, sagt mal Bescheid. Quasi... Artro? Ne, Artro? Wenn Flatter ausgerufen ist, wo? Ja, das bin ich gewesen. Ja. Ja. Alle laufen sie mir hinterher. Ja, wo, wo, wo. Hey, Fizzy. Wir fänden aber jetzt von Fizzy. Abonniert den Jungen, wärs gut. Ich dachte du wärst Flatter für den Band. Weil auch mit ihr App an. Du hast gerade übrigens Atta Boom gesagt und bist nicht gestorben. Zum Thema Zug, hier war doch ein Zug lang. Hey, das passiert ja so nicht. Achso. Hey, hier schießt jemand. Ist jemand gestorben? Geh rein doch. Hallo? Was machst du da Ästhetik? Wenn du runterfällst, bist du tot. Was denn? Das ist nicht schlimm. Wir flirten. Einfersüchtig. Wuhu. Wuhu. Wir flirten mit einem roten Raum. Ich geh mal. Nein, klar seid ihr allein. So, schießt jemand. Flatter. Flatter wohnt doch, schnell aus. Ja, ich weiß, aber ich muss sie gerade killen. Ah. Ich hab hier übrigens Teddy gefunden. Hallo? Hallo? Dann, dann, dann. Pass. It's safe. Fuck! Und, 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 und. Ich schwör dir beim nächsten Mal, wenn du mir entgegenkommst, ich baller dir den Kopf. Oh, Mann. Wann, das sind so Noobwaffen, ne? Wann, das sind so Noobwaffen, ne? Wann, das sind Noobwaffen? Ey, Sascha, du darfst nicht. Nennies läuft er mir über den Weg. Sascha, du warst echt Traitor. Ja, natürlich war ich Traitor. Was glaubst du aber, ob ich mich aufgeregt habe? Boah, ist heute ein scheiß TTT Tag, ey. So, Negev, ey, jetzt ist wir Warum sagst du nix wegen Match? Achso, Scheiße, an die hab ich überhaupt nicht gedacht, Alter, sorry Nee, hab ich dich jetzt noch mit getötet? Oh, nee, minus 8 Punkte An die hab ich schon überhaupt nicht gedacht gehabt Oh, nee Ey, der Tache ist sowas von zu vergessen Ich hab nur ein Kanister kaputt gemacht Ja, GG Hier ist jemand runtergefallen Für sie ist tot, an Fallschaden gestorben Warum schießt jemand auf mich? Erzli, mach die ganzen Fenster hier kaputt LOL, LOL, LOL Ey, hier sind solche komischen Mannequins gespawnt Die schießen auf alles Ja, die schießen auf alles, dadurch krieg ich Schaden Ja, hab ich gerade auch festgestellt Ja, dann versteck dich doch einfach Aua Alter Alter Ja, das ist ne Traitor-Falle auf jeden Fall Ja, ich hab alle vier geholt Ja, da liegt ne Leiche Toll Erzli Hey Du bist voll tot Du auch noch, stirb Sehe ich's dann richtig, dass ich jetzt gleich alleine mit Ah Da haben wir nur noch 65 AP, ey Warte, wer futtert der Dete? Nein Wer hat denn dann gegessen? Jemand hat hier ein Sandwich gegessen Das war oben bei den Toiletten Weißt du, das hier ist? Ne, da war ich gerade Hier war niemand Doch, da ist einer Hier谷 Was? Hört doch mal auf mit zu vergessen Darius Leute bedenkt es sind noch drei Traitor da das hat nichts zu bedeuten stevie deswegen bist du nicht zwingend safe für mich weil direkt nach dir jemand anderes das hätte sehen können und der hätte es dann unterstellen können dass du ihn gespawnt hast dann hoffen wir mal dass er sie noch getötet hat okay scheinbar hat atromix erzie getötet und da war die märzführer dann kommt er wieder und ich krieg dann überhaupt nicht mit ich kann es nicht gewöhnen sobald er sie mir jetzt nur über den weg läuft schieße ich habe ich bei dir auch schon von oft gesagt und trotzdem bringe ich dich nicht um da schiebt jemand Hasskappe ich warte bis der Traitor kommt Achtung Klasma aber wenn dann käme ich da rein ich glaube du bist es schon wieder wer ist es ich glaube fährt er schon wieder was hast du in der Hand ich glaube weil ich jetzt hier im Bahnhof kommt da gerade in Zugang ich habe doch gesagt da unten fahren auch ne sagen gerade auch die Traitor mache ja da hinten ist ja da klär dich gepumpt ja die scheiße wie kommen wir hier oh hier kommen wir wieder hoch hier wird hart rumgeballert Leute was ist das Alter hier ist richtig party hart wer hat mit Baby achso Atta ok nice Atta hat mit Baby geschossen hat ich genau gesehen was ist los Erzie wer verfolgt mich da dann dem traue ich auf mich was auch Sascha Flatter ist Flatter ist ok ist das safe Atta ist tot Safe Suspish Danuki auf mich Safe Suspish ok Erzie wo willst du hin ist doch kein Weg mehr oder ist das Danuki auf der anderen Seite ist er rum Ja darum Danuki ich garretieren Warte kurz damit es fair ist Oh je ne ist das nicht Danke Ich habe Danuki umgebracht weil er wollte nicht aufhören mit mir hinterher zu laufen Ja das macht aber häufiger mal ist mir egal ich mag das nicht Aber ich habe Atta vorher umgebracht deswegen bin ich eigentlich safe tut mir leid da nur aber du wolltest nicht aufhören Lass mal beim Pferd als ob ich Atta umbringen würde wenn er meinen Traitor wohl doch Ja Eigentlich schon Stevie Nein Süß Wirst du mich umbringen Teddy Wieso ist da ne Ich würde gerne Du kannst Teddy Ey warte mal Lebt der Data noch Stevie komm hol mal hier Danuki wieder Hallo Oh Gott Zwei Leute hier Teddy und Atro Warum sollte ich Traitor sein Ja ich sag nur Ich war ein bisschen erschrocken dass hier plötzlich zwei Leute sind Ja Alter Was los Ja ich hab mich ein bisschen erschrocken dass ein PhD-Flopper plötzlich war Gesundheit Gesundheit Danke Gesundheit Du kannst in Atta's Leiche gucken Ich weiß doch nicht mal wo das Aline ist Ich ruf dich da hin Ja da oben ist er Darf ich dich abknallen? Kommt nicht hin Darf ich dich abknallen auch? Du guckst da jetzt rein Kann sich da reingucken? Wie du guckst da rein? Wie du guckst da rein? Ja siehste Dann kann ich schon kein Traitor sein Weil ich hab da reingeguckt Ha Ich würde ja jetzt gern die Disco Ich da vor die Nase werfen Aber Oh Gott jetzt kommt der ganze Zug hier Äh Was ist das für eine Granate? Das war eine Disco Das war eine Disco Äh ja ich Quatsch manchmal zu viele Leute durch Alter Gib doch nicht so am Arsch Hi Erzie Alter Wie kannst du deinen scheiß PhD-Flopper irgendwie ausmachen Der mach mich kehre Alter Nur wenn ich springe passiert Dann Springverbot jetzt für dich Das ist mir egal ich höre da nicht Ja mach du Pratsatro Ja ich will doch nur vorbei Leute Bitte Hä 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 Wow Oh Mann Dreh dich mal nach links Könntest du das jetzt mal lassen? Oh Mann Weißt du so einen Schrott kauft der Däte sich aber kein Defi Das ist eine Negev Nämlich die Negev mit? Heul doch Heul doch Heul doch Warum soll ich heulern? Warum soll ich heulern? Der Loki ist tot Ich bin nicht Ah 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 Hallo Oh Gott Jetzt lösst du mir nach Jetzt kommt der Sascha auch noch Ah zu viele Leute Woher Woher Hat er jemand Hattetik Hm Wer ist es jetzt noch? Oh Eine Ane Angst vor mir Teddy 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 ist es Der hat auf mich geschossen Ja Taddy Guck mal der schießt da schon wieder Wendt in der Gegend rum Hallo Taddy Oh schon wieder Erzzy Ey der Typ 360 Mal ganz ehrlich 360 No Stay Ja lass mich vorbei Erzzy hast du schießt in der gegend rum das arme fährt das hat die nichts ich habe das gefühl ist auch ist er nicht am meisten punkte und jetzt sind wir alle hier heute ich konnte auch noch die punkte habe ich nicht getroffen wer auch immer da oben gerade langgelaufen ist ich schießt doch immer wo platzer schießt und nein er futtert nein ich kann sagen das kann ja nicht sein Entschuldigung Tanoki beim nächsten mal lauft einfach von mir ich hab's auch ich hab's auch ich hab's auch gewonnen ich wollte nachladen und mich abschießen du wolltest nachladen und mich abschießen bisschen mehr verteilen ja ein bisschen mehr verteilung wäre nicht schlecht gewesen letzte runde ja ich bin zwischendurch aufgedacht ja du und ich meine ich nicht ich bin relativ oft dir entgegen gekommen wo kein Schwein bei mir war naja aber auf der anderen seite des gebäudes waren dann plötzlich 3 Leute und die konnten uns sehen wir machen kann man nur noch ja ja ich meine zwar nur an sich weil auch diese runde wieder nicht warum machen wir jetzt noch eine runde ja 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 hat er gesagt wer hat er hat er ja und was denn wie hat er da ist immer gestorben ja alle haben gestorben ja alle haben gestorben das ist eine gute Idee nein die will ich alle nicht hä was ist los bei euch ja das ist ästhetik ästhetik das stimmt doch nicht ja schieß doch ab dann bring ihn doch um Atta geh weg von mir Mann geh weg Danoki ich hab ihn ja ich hab ihn ja ich hab ihn ja ich hab ihn ja ja ich schieß wenn ich mich nicht verlaufen komm ich ja ich hab mich verlaufen wow wow alter da hinten in der Ecke ist dat ja ich hab grad ja du bist traitor da kannst du gerne wissen ja Sascha wo hast du den her mit sich rum hallo weil ich ästhetik gekillt hab ok du hast das hast du die punkte da noch rausbekommen ja ich hab's noch nicht getraftet sag das doch dann wüsste ich ob Atta Traitor ist oder nicht ich? warum ich? ja ich hab äh lol hinter dir vorsichtig hinter dir ich hab geschrien ja schön lass es doch einfach mal sein die Kackdinger zu werfen man kann sich auch mit Kuh wegwerfen mit Kuh einen wegwerfen aber ich hab anscheinhalb keine du hast keine gekriegt ok ja aber ich hab genau so viel wie vorher ich hab mir bisher nur 2 Sachen geholt und wer schießt da nun schon mal aus? dann ist Atta auf jeden Fall verdächtig der rutscht in meine Richtung warum? weil Atta die Leiche von äh Dingenskirchen Damoki überprüft hat bevor es der Dete gemacht hat und der Dete scheinbar keine Punkte aus der Leiche bekommen hat ich habe nichts untersucht ne? hast du aber ziemlich genau drauf geguckt du bin ich die Gehalte ich hab draufgesucht aber ich hab nichts untersucht ja 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 hast du eine Waffe? weil das hat er nicht getan also Atta ist verdächtig ne? ja weißt du nicht ich hab den Abschuss freigegeben also ganz ruhig irgendwo warum eigentlich je man die letzte runde bin ich hier jetzt in der Leyen und dann so die runde auch ist wahrscheinlich schon wieder ich weiß auch nicht wie du da schon wieder mein gedanke er hat es war gleichzeitig schießen das ist trotzdem kann sein dass irgendjemand anders ästhetik umgebracht hat du hast denjenigen umgebracht der ästhetik umgebracht hat und du hast mir einfach einen boomer angekauft und sagst das jetzt ich glaube bis nächstes mal schreibe ich einfach noch laut ins mikro ist mir doch egal ja und du ins mikro schreis wer schreit du das schreit nach dem headshot mit dir ja los ich von mir aber ich kann mit dem shot gar nicht fehlen Leute ist jemand gestorben ok Atta war es nicht ne Sascha war es aber achste müsste unten bei der U-Bahn gewesen sein ja bei der U-Bahn da war ein Molotow da hinten läuft einer ohne Waffen in der Hand wo ist immer noch der Erzinger ne Erzinger hat einen boomerang in der Hand die ganze Zeit ja 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 hast du nicht gesagt ohne Waffe in der Hand gesagt ja hat er ja was the fuck der ist schon wieder vorsicht hinter dir hinter dir so scheinbar nicht für sie das würdest du hören wenn für sie noch lehnt herzlich hast du gerade mit dem boomerang geworfen ne wieso hat er ist tot lol da hinten ah nee du bist hier direkt vor meiner Nase da lol da Baby Launcher ma fiegt euch noch mal was hat ich bitte für den Team hier BAAAAM wow Penny cross TV direkt am Anfang das gesamte Team tut ja auch so allesamt haha Teddy hat einen Punkt mehr als ich ernsthaft das war's dann auch schau wieder mit diesem Part was ist du bist du leise ähm schaut doch mal in die jeweilige Videobeschreibung runter bis dahin und tschau tschau tschüss tschüss tschüss